Hulk ist im Anflug. Können Roboter-Kopien wütend werden? In deinem Interesse hoffe ich nicht. Weck da, wickriger Benner! Hulk hat jetzt das Sagen! Was, Hulk, böse! Hallo, wickriger Eisenbein! Hulk hasst Feinde! Halt jetzt! Hüten! Mehr Power für allen! Haha, jetzt trittst du! Jarvis, mach einen Massagetermin für nach meiner Rückkehr aus. Ich werd ihn brauchen. Bonus-Münze nähert sich. Du hast mir keine Wahl erlassen. Na dann, los geht's! Graf, graf! Und wie schmecken dir die Äpfel? Ich bin überrascht, dass danach noch jemand steht. Lass nicht zu, dass diese Roboter-Kopien die Trainingseinrichtung übernehmen. Ich kann den Sieg schon schmecken. Spiderman, stets zu Diensten. Fury, mit der Augenklappe sehen Sie immer etwas zerstört aus. Hey, lass das! Das erzähl ich deiner Mom. Keine Sorge, dein Job wird bald etwas leichter. Bonus-Münze nähert sich. Ohne meinen Spindensinn hätte das vielleicht echt wehgetan. Captain Marvel, stets zu Diensten. Und wie schmecken dir die Äpfel? Die Sensoren der Einrichtung registrieren ein weiteres Ziel, das sich dir nähert. Könnte es dir wehtun. Klapp, klapp! Jemand zu Hause? Ja! 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 Und wie schmecken dir die Äpfel? Sobald du eine zerstört hast, nimmt eine neue ihren Platz ein. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Du bist jetzt besser. Möchtest du mir doch was sagen? Bonus-Münze ausgeliefert. Da braucht niemand eine Auszeit. Kosmischer Würfel im Spiel. Es ist durch, eigentlich. Du kannst du das warten, eine Immortal-Weapons herauszufordern. Nimm das! Ja! Fein! Ja! Das war's, das war der König. Wow! Eine Ant-Man-Kopie dachte, sie könne sich an den Verteidigungslinien vorbeischleichen. Aber Sensoren registrieren, dass sie in deine Richtung kommt. Jetzt hast du's geschafft. Oh-oh, jetzt geht's los, Contra. Wer ist als nächstes dran? Ein weiterer Feind ist unterwegs zu dir. Werde schnell wieder gesund, damit du in Bestform bist, bevor er kommt. Genug ist genug. Ich kann es nicht glauben, dass sie Cap derart ähneln. Erteile ihnen eine Lektion, die sie niemals vergessen werden. Und es wird immer besser. Das reicht jetzt. Hast du da nicht etwas überreagiert? Süß. Sehr süß. Ja! Groß! Mach ich das? Yeah! Einen Sieg kann man nicht hoch genug schätzen. Diese Einrichtung ist dank deiner Bemühungen sicher. Und wieder wurde ein Job gemeistert. Loki führt nichts Gutes im Schilde. Warum überrascht mich das nicht? Erteile ihm eine Lektion, die er sobald nicht mehr vergisst. Du magst es, einen Gott zu bekämpfen? Nein. Dieser Anzug... Eine Altron-Kopie kommt direkt auf dich zu. Ja! Loki ist hier. Ich bin so aufgeregt. Das gefällt mir schon. Ich werde nicht zögern, dich zu besiegen. Die Schilddetektoren zeigen an, dass eine weitere Roboter-Kopie von Loki als Verstärkung für ihn unterwegs ist. Bonus-Münze nähert sich. Es wird Zeit, dass ihr meine Drecksarbeit erledigt. Die Schilddetektoren zeigen an, dass die Schilddetektoren-Kopie von Loki als Verstärkung ist. Eine Enttäuschung. So viel steht fest. Eine weitere Roboter-Kopie kommt näher. Lösche Loki aus und verhindere, dass er noch mehr Verstärkung anfordert. Ich werde deine Energie abziehen. Genug! Loki hat weitere Verstärkung angefordert. Ja! Da hat jemand Krügel bekommen. Einen Sieg kann man nicht hoch genug schätzen. Wir beide wissen doch, dass das nicht reicht, um Loki etwas beizubringen. Er wird wiederkommen. Diese Roboter-Kopien haben versucht, Schild-Geheimnisse zu stehlen. Wie wär's, wenn du ihnen unser Training aus erster Hand demonstrierst? Hey, was schwingt? Niemand wirft mit. Nova fertig. Hey, ich weiß es nicht, dass du mir was angetan hast. Wer auch immer diese Roboter-Kopien programmiert hat, hat sogar ihre Persönlichkeiten kopiert. Wenn du dich schon schlagen willst, dann schlag auch richtig zu. Sag mir, dass du genug hast. Oh, das war mir echt zu nah, Ruppe. Einer ist erledigt. Einer fehlt noch. Genau das habe ich gemacht. Bonus-Münze nähert sich. Bonus-Münze. Alien-Symbiont. Ja! Ektar, wie münig hast du auf die Koppel? Ja! Einen Sieg kann man nicht hoch genug schätzen. Beeindruckende Kampffähigkeiten. Dein Training macht sich ja doch bezahlt. Ektar-Minkriger-Banner. Mal kann jetzt das sagen. Diese Blechmann hat nicht nur ein Herz. Der besitzt mir die Argen von Dollar und genug Abwehrkraft, um deine Mama zum Heulen zu bringen. Ich lass mir die Laune nicht verderben. Darf's noch was sein? Gehen wir jetzt! Bonusmünze nähert sich. Da hat diesen Moment in Erinnerung. Iron Patriot im Anflug. Ha ha! Jetzt wird's leer! Jarvis macht einen Massagetermin für nach meiner Rückkehr aus. Ich werd ihn brauchen. Nein, und... Nein, und... Untertitelung des ZDF, 2020